Es hat neues Material gegeben. Direkt aus Laos, nicht schlecht. Keine Ahnung wie das geht, das ist glaube ich so. So. Oh, auf Weltgeist. Ja klar. Okay. Welcome to the German-speaking part of Europe. So, Termine nachgetragen bei den Feedlogs und ein bisschen chaotischer bis Ende Jahr. Heute Abend im Collegium Helveticum. Kunst war nur Ersatz für Internet. Ob mir Jim Wales diese kleine Ergänzung absegnen wird, autorisieren wir. Commerce is fine. Advertising is not evil. Framing is okay. But it doesn't belong here. Not in Wikipedia. Der Zusatz von mir war eigentlich nur der Satz Framing is okay. So, aber der zweite Teil des Tages gehört nun ganz TP und Heiko Klebe. Naja, ich habe mal so eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Ich hoffe, Sie kritisieren meinen Entwurf für ein gemeinsames Buch. Jetzt aber ab nach Luzern. Yes! Die ganze Playlist auf der Landingpage wikidienstag.ch Und natürlich auch alle Links. Wie immer. Im Namen des Ergårdsterboden und des Halvorsam. Skitinninn! Unruhe!